Musik 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 Mein Name ist Zwengelmann Selbst wenn sie Zwackelmann heißen würden, könnte ich sie nicht ohne Bezahlung reinlassen. Aber ich bin doch der neue Direktor des Zoos. Das kann jeder behaupten. Hey, sieh! Halt! Schluss mit dem Geplär! Ja, ich bin jetzt hierher! Und ich find es gar nicht gut, was man im Zoo machen tut. Die Versucher spüren, vor allem diese Gören. Ich muss mich empören, von der Wut. Leibgericht, füttern nicht, nur Verzicht hält Gewicht. Hände von den Gittern weg, seid doch nicht so keck. Halt! Was wollen Sie denn? Das ist er. Haben Sie eine Eintrittskarte? Wieso denn? Ich bin doch der Direktor. Ein Direktor bezahlt keinen Eintritt. Kommen Sie mit auf das Polizeirevier. Unerhört. Ich werde mich beschweren. Ich bin der Zwengelmann. Der Zwengelmann bin ich. Der Zwengelmann. Ich bin der Dr. Zwengelmann. Wede, bitte, bitte, bumm, bumm. Hier wird nicht gelacht. Nein, alles gibt jetzt acht. Nein, ein Museum ist nicht da. Für Witze und tralalala. Verboten ist das Hasten. Vorsicht vor dem Kasten. Die Knochen nicht betasten. Lasst das sein. Nun seht ihr, das geht ihr. Welches wir halten hier? Schon wo alt ist das Reptil? Es ist ein Fossil. Ja, 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 ja. Das, 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 das ist ein... Ach, Mann. Keine Zeit. Entdeckt von Professor Radakuk, lieber Tom. Ich werde wahnsinnig. Öff, öff. Euer Christian. Untertitelung des ZDF, 2020